Herzlich Willkommen zu abonniere Wannuxerang. Fürchtet euch nicht. Ha 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 ha. Und damit herzlich willkommen zum 306. Mal bei Hoaxzilla, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmystress Alexa. Hallihallo ihr da draußen. Willkommen zu dieser neuen Halloween-Folge. Ich freue mich, dass wir das heute aufnehmen können. Und das war heute gerade wirklich so ein bisschen so ein Retro-Feeling mit dem Intro. Und ich freue mich natürlich auch, dass bei mir heute wie immer der wunderbare Alexander Hoaxmaster ist. Wir sind noch mal so ganz tief in das Archiv hinabgestiegen und haben im ersten Jahr, die ersten 18, 19, 20 die drei Folgen. Das waren die Halloween-Wochen damals. Da haben wir diese Intro-Musik auch benutzt. Und irgendwie bot es sich an, dass wir das heute auch noch mal machen. Für alle, die uns regelmäßig verfolgen, die aber zum Beispiel jetzt nicht in das Ferngespräch gestern, also in das White Mike Special hineingehört haben. Der Hinweis, dass wir in den letzten 14 Tagen ziemlich malat waren. Ein Infekt hat uns irgendwie angefasst. Die Tests waren negativ. Der Kaffee schmeckte zeitweise nach nichts. Wir haben keine Ahnung, was es genau gewesen ist. Wir haben auf alle Fälle jetzt mich auf der Nase gelegen und deswegen haben wir das jetzt ein bisschen geschoben, sodass im Oktober jetzt nur eine tatsächlich Hochseller-Folge erscheint. Dafür war im November 3, weil wir im Grunde genommen die zweite Oktober-Folge schon mehr oder weniger fertig vorbereitet haben. Aber erst heute tatsächlich die Kräfte ein Stück weit reichen, dass wir es einsprechen können. Das heißt aber auch, dass es auch im November dann erstmal ein bisschen gruselig weitergeht. So viel kann ich schon mal anteasern. Das war die Idee dahinter, genau, dass wir zwei gruselige Folgen machen. Also dabei bleiben wir natürlich. Und wir werden am Ende der Folge noch ein bisschen Hausmeisterei betreiben mit Blick auf, was ist denn mit Selbstständigkeit. Und können dann dafür natürlich im November, dann in die nächste Folge erscheint nochmal so etwas genauer, Fazit ziehen, ein bisschen Statistik betreiben. Weil dann der Oktober auch tatsächlich komplett finanziell abgeschlossen ist. Aber das soll jetzt erstmal genügen zur Intro. Und jetzt machen wir erstmal weiter mit der Story, bevor wir dann in das gruselige Thema einsteigen. Die Story der Woche In der heutigen Story geht es passenderweise um einen schwarzen Hund. Aber nicht irgendeinen schwarzen Hund, sondern um eine ganz seltene Hunderasse, die in den letzten Monaten im Netz aufgetaucht ist und dadurch die Gegend geistert. Ich muss jetzt mal versuchen, euch das Bild, das ich gerade vor Augen habe, möglichst gut zu beschreiben. Der Hund ist von relativ massiger Statur pechschwarz. Der Kopf erinnert so ein bisschen an einen Pitbull oder Mastiff, so etwas in der Richtung. Der Körper allerdings, so von der Muskulatur her, hat eher so was Pantherhaftes. Und das Besondere, und jetzt kommen wir zum Grund, warum das so eine seltene Hunderasse sein soll, sind die gelben Streifen im Fell. Also es sind so ein bisschen wie Tigerstreifen, nur eben dann quasi umgekehrt. Also keine hellbraune Grundfarbe mit schwarzen Streifen, sondern eben der ist pechschwarz und hat halt so einige gelbe oder hellbraune Streifen im Fell. Und das Bild von dieser seltenen Hunderasse von diesem Hund ist oft im Zusammenhang mit einer ziemlich reißerischen Überschrift aufgetaucht. A family thought they adopted a dog, but when the vet sees it, he calls the police. Und das lässt ja schon mal auf eine sehr merkwürdige Geschichte schließen. Und ihr könnt jetzt mal überlegen, ob es diese seltene Hunderasse eventuell auch in Verbindung mit dieser Überschrift tatsächlich gibt oder ob das Ganze ein Hoax ist. Magst du für alle noch einmal die Überschrift spontan ins Deutsch übersetzen, die vielleicht das Englische nicht so mächtig sind? Genau, also eine Familie dachte, sie hätten einen Hund bei sich aufgenommen aus dem Tierheim, aber als sie diesen Hund einem Tierarzt vorgestellt haben und dieser Tierarzt den Hund sieht, ruft er die Polizei. Typischer Clickbait eigentlich, so wie das klingt. Ja, klingt so ein bisschen, aber wer weiß, vielleicht ist ja was dran. Warten wir es mal ab, ihr könnt alle schön miträtseln und dann klären wir diese Geschichte oder die Existenz dieses Tieres, muss man ja an der Stelle sagen, am Ende der Sendung auf. Thema der Woche Ja, was ihr da gerade gehört habt, war natürlich ein Wolf und man hat irgendwie sofort so an Halloween der irgendwie so Nebel, der wabert über Feldern oder durch den Wald, auf eine Waldlichtung zu vor Augen, zumindest geht es mir so. Und dann eben die Werwolf-artige Gestalt, die den Vollmond anheult. Und im Grunde genommen geht es genau darum heute, ihr habt ja das Thema oder den Titel der Folge ja schon gelesen, Old Stinker, der Werwolf von Hall. Mit dem merkwürdigen Namen. Ja, mit dem merkwürdigen Namen. Und wir befinden uns an der Ostküste Großbritanniens, Hall, eigentlich eher ja so ein Arbeiterort, Hafenort so. Genau und ich bringe mit Hall immer so das Einfallstor der Schottlandreisen in Verbindung. Wobei Hall natürlich noch Großbritannien ist. Klar, aber wenn man mit der Fähre rüberfährt, dann kommt man halt in Hall an, wenn man in den Norden hoch will und arbeitet sich dann weiter vor in die Highlands. Ich habe da sehr, sehr schöne Erinnerungen dran. Aber so romantisch ist das oder die Gegend, die wir heute beschreiben, nicht so wirklich. Aus mehreren Gründen, aber das ist vielleicht schon an dieser Stelle zu viel gesagt. Wir können ja erstmal umreißen, worum es geht im Wesentlichen. Wir bewegen uns erstmal im Jahr 2016, als die Zeitungen in Großbritannien auf einmal voll sind mit Sichtungen eines Wehrwolfs. Das ist irgendwie ungewöhnlich. Das werden wir nachher auch noch genauer ausführen, warum das genau für die Gegend und für Großbritannien eher ungewöhnlich ist. Aber es kommt zu mehreren Sichtungen eines merkwürdigen, ja, wolfsartigen Geschöpfes. Und wir können ja mal ein paar davon vorlesen. Vielleicht magst du anfangen und zwar sind das Zeitungen aus dem 15. Mai 2016. Wir haben da die entsprechenden Zitate einmal übersetzt und die erste Zeitschrift, die da berichtet oder Zeitung in dem Fall, Tageszeitung, war der Express. Und vielleicht magst du uns mal sagen, was der Express so geschrieben hat. Anwohner in Hall behaupten, einen Wehrwolf in der Gegend gesehen zu haben. Sieben Augenzeugen behaupten, die etwa 1,80 große Kreatur in einem verlassenen Industriegebiet außerhalb des Zentrums von Hall gesehen zu haben. Anwohner und Volkskundler glauben, dass es sich bei der sagenumwobenen Bestie, die sich bei Vollmond von einem Menschen in einen Wolf verwandelt, um Old Stinker handelt. Eine jahrhundertealte, einer jahrhundertealten Legende zufolge treibt sich die Kreatur mit dem fauligen Atem in den Yorkshire Wolves herum. Das klingt ja schon mal ganz gut und The Daily Mail vom gleichen Tag hatte noch ein bisschen mehr zu berichten. Da heißt es dann, in den vergangenen Monaten haben sich die Zeugen gemeldet, die von einer Sichtung einer riesigen Kreatur im Bereich des Balmston Drain, einem künstlichen Kanal in der Nähe der Stadt Beverly, berichten. Einige Einheimische glauben, dass die Sichtung Beweise für die sagenhafte Kreatur aus Yorkshire namens Old Stinker sind. Eine Frau, die den potenziellen Werwolf im Dezember gesichtet hat, sagte dem Express, in einem Moment stand er aufrecht. Im nächsten Moment war er auf allen Vieren und rannte wie ein Hund. Ich hatte schreckliche Angst. Er sprang 30 Fuß auf die andere Seite und verschwand die Böschung hinauf und über eine Mauer in die Schrebergärten. Sie sagte, es sei sowohl auf zwei Beinen als auch auf allen Vieren gelaufen, so als hätte sich sowohl die Eigenschaften eines Menschen als auch die eines Wolfes angeeignet. Ein anderes Ehepaar berichtete, sie hätten etwas Großes und Haariges gesehen, das neben dem Kanal, der durch die Landschaft führt, einen Hund fraß. Sie fügten hinzu, dass es mit dem Tier im Maul über einen acht Meter hohen Zaun sprang. Das sind schon mal Schilderungen. Also wenn mir das passieren würde, abends irgendwo in der Dunkelheit auf dem platten Land oder zumindest nicht in einer belebten Siedlung oder Einkaufsstraße, da würde ich schon mal ziemlich zusammenzucken. Und du hast es ja schon gerade angeführt. Also wir haben gerade nochmal gehabt, nur damit jetzt dieses Bild, was ich euch am Anfang natürlich eingeimpft habe. Wir löschen. Hall ist jetzt tatsächlich nicht so die schottischen Hochmoore, sondern wir reden hier tatsächlich von einer Industriestadt im Grunde genommen oder den Rand einer Industriestadt, an der diese Sichtungen standgefunden haben. Und ganz interessant ist hier ja nochmal dieser künstliche Kanal, der Balmston Drain, also eigentlich so ein Abwasserkanal, der da entlangläuft und um den herum sollen sich ja die Sichtungen abgespielt haben. Ja und jetzt haben wir noch ein paar Hinweise mehr in diesen Zeitungsartikeln, in diesen Zeugenaussagen und den Recherchen, die die Autoren, die AutorInnen da dazu gepackt haben. Zum einen haben wir eben genau die Schilderung, dass es teilweise auf zwei Beinen, teilweise auf vier Beinen gelaufen ist. Springen kann das Viech auch ziemlich gut und es ist ja groß und gefährlich genug, um einen Hund sich als Beute zu schnappen und mit dem im Maul durch die Gegend zu laufen. Und einige haben berichtet, dass es sich dabei sogar um einen Schäferhund gehandelt haben soll. Genau, also auch kein, weiß ich nicht, Pinscher oder sowas. Und wir haben einen ganz, ganz wichtigen Hinweis, dass es jahrhundertealte Legenden gibt, beziehungsweise in dem Fall müsste man es übersetzen mit Sagen, die eben mit diesem Old Stinker in Zusammenhang zu bringen sind. Und das ist dann immer schon ein, ja ich will nicht sagen Red Flag, aber zumindest ein Hinweis, dem wir dann nachgehen, wenn wir uns solche Themen angucken. Denn so eine, ja Erzählkontinuität klingt ja jetzt erstmal interessant, also wenn du eine Sage hast von einem Wehrwolf in Großbritannien, die es jahrhundertelang gibt. Und die dann vielleicht eine Weile schlummert und dann auf einmal 2016 wieder hochpoppt, aber eine entsprechend lange Tradition hat, dann ist das ja etwas, zu dem es sicherlich Quellen gibt, die man irgendwie nachvollziehen kann. Und genau danach kann man natürlich gucken. Genau, jetzt haben wir es hier in dem Fall ein bisschen einfach gehabt, weil Brian Dunning von Skeptoid, die Folge werden wir euch verlinken, sich auch dieses Thema schon angenommen hat. Und der hat dann mal versucht zu recherchieren, sehr ausführlich schon, wann denn Old Stinker das erste Mal erwähnt worden ist. Da kommen wir gleich auch nochmal dazu, das wollen wir mal schauen, weil je nachdem, wo man dann im Internet per se erstmal rumrecherchiert und es gibt natürlich gerade bei solchen Themen, bei so, ja sag ich mal gruseligen oder Horrorszenarien oder eben bei Wehrwolf, Vampirgeschichten, Foren, die darüber berichten oder auch andere Zeitungsartikel. Und da hören wir dann, dass so das erste Mal der Old Stinker im 16. Jahrhundert erwähnt werden soll, dann mal im 18. Jahrhundert, dann im 19. Jahrhundert. Und das ist ja genau das, was Alexa sagt, da wird man ja hellröchig und sagt, oh, so eine lange Geschichte. So findet man das erstmal im Netz. Genau, und wir können ja direkt mal genauer hingucken und schauen, wer denn die Quelle für diese Aussagen ist. Und da stößt man dann, so wie Brian Dunning auch, sehr schnell auf einen Reuters-Korrespondenten, Autor, Blogger, Podcaster, wie er sich selber bezeichnet. DJ, Model, Podcaster, also ein freier Journalist. Genau, einen Journalisten namens Charles Christian, der sich eingehenzt mit dieser Gegend, mit den Yorkshire Wolves beschäftigt hat und ein Buch geschrieben hat, was bezeichnenderweise Yorkshers Weird Wolves. Also Yorkshers unheimliche Wolves, Inside the World Newton Triangle. Und allein schon auch dieser Untertitel liegt ja so ein bisschen nahe, als sei diese Gegend so eine Mischung aus verfluchtem Gelände und beim Judadreieck, wo man verschwinden kann und wo sich allerlei merkwürdige Kreaturen herumtreiben. Und tatsächlich hat sich Charles Christian wirklich ausgiebig mit Gespenstern, mit Wraiths, mit Wehrwölfen und anderen merkwürdigen Geschichten beschäftigt, die man sich eben genau in dieser Gegend erzählt. Und er hat direkt, als damals 2016 diese Meldungen durch die Presse ging und natürlich auch Journalisten bei ihm angerufen haben, sich erkundigt haben, die Verbindung zum Old Stinker gezogen. Er selber sagt, dass dieser Old Stinker, den man auch als Werewolf of Flixton bezeichnet, sogar im 12. Jahrhundert zuerst erwähnt wird. Das sagt er. Und dieses Flixton, wo der also sich herumgetrieben haben soll, ist gar nicht so weit entfernt von Hall. Das sind nur 65 Kilometer, also Luftlinie, sagt er. Also im Grunde genommen, es gibt so ein schönes Zitat von ihm, die Strecke, die eine Krähe fliegen oder ein Werwolf laufen kann. Genau, as the crow flies or as the wolf runs. Und genau, also für ihn in dieser Gegend, der dort lebt und sich eingehend damit beschäftigt hat, ist dieser Old Stinker total präsent. Und er sagt, dass es sogar eine Geschichte gibt, nach der dieser Old Stinker, und da wird es schon ein bisschen ungewöhnlich, herumgeistert und dann aber bei Tagesanbruch wieder in einem Grab verschwindet. Also das sind so Dinge, die so ein bisschen eher an Geister erinnern, als an tatsächliche Werwölfe. Aber dazu werden wir sicherlich auch nachher nochmal mehr sagen. Wenn wir jetzt natürlich aber sagen, wir brauchen historische Quellen, also wir brauchen nicht nur einen Herrn Charles Christian, der sich damit zwar beschäftigt hat, aber der im Jahr 2016 Journalisten sagt, jo, das erinnert mich an den Old Stinker und ich habe so das Gefühl, der Old Stinker treibt wieder sein Unwesen, jetzt aber in Hall und nicht mehr in Flixton, dann reicht das nicht so aus. Das heißt also, wenn der wirklich im 12. Jahrhundert erwähnt worden wäre und wenn auch danach immer wieder mal Sichtungen aufgetreten wären, dieses wirklich bezeichnenden Werwolfs, der auch noch einen fauligen Atem haben soll, das ist ja etwas, was bei Werwolfs Erzählungen und Werwolfs Sagen nicht unbedingt immer eine Rolle spielt, dann muss es eigentlich auch zeitgenössische Quellen geben. Dann muss es ältere Quellen geben als den Herrn Charles Christian. Und da können wir mal das ein bisschen abkürzen, weil wir werden euch das natürlich verlinken. Genau diese Recherche hat dann Brian Dunning angestrebt mit befreundeten Bibliothekaren in Großbritannien von ihm und sie haben festgestellt, es gibt keinerlei Erwähnungen, nirgendwo. Nirgendwo wird ein Werwolf in Kombination mit Old Stinker oder Wolf mit Old Stinker erwähnt. In keiner Bibliothek ist das verschlagwortet und am Ende stellt Brian Dunning die steile These auf und daran lässt er sich auch messen, dass unter Umständen Herr Christian selber einfach die erste Quelle ist. Und damit wäre dann der Old Stinker aus dem Jahr 2015, weil da ist ein Buch von Herrn Christian erschienen, wo er über den Old Stinker geschrieben hat. Interessant ist, dass der Christian selber aus seiner Kindheit berichtet, seine Mutter hätte ihm immer erzählt, geh nicht diese Straße lang, weil dann kommt der Old Stinker und holt dich. Also ja, ich möchte mal eine nicht ganz wissenschaftliche, aber Lanze brechen für Charles Christian. Es kann wirklich durchaus sein, dass er das in seiner Kindheit gehört hat, dass das so wirklich lokal begrenzte Urban Legends sind, die man sich da erzählt und dass eben auch dieser Old Stinker genau mit dieser Gegend um Flicksten in Zusammenhang gebracht wird. Es gab von einer Long Distance Walkers Association 2021 einen Groupwalk, also einen Gruppenspaziergang im Angebot, den man da buchen konnte online, da können wir euch auch die Seite verlinken, der auf der Suche nach dem Flicksten Werewolf heißt. Also das scheint zumindest hohe Wellen geschlagen zu haben und auch was den Tourismus angeht, für die Gegend eine bestimmte Bedeutung gehabt zu haben. Aber es ist halt die Frage, ob du wirklich historische Quellen für diesen derartigen Werwolf finden kannst, was aber nicht heißt, wie gesagt, dass der Charles Christian da Mist erzählt hat oder sich das alles nur ausgedacht hat. Also es kann durchaus sein, dass er davon gehört hat. Das hat dann dazu geführt, das können wir auch nochmal sagen, das ist ja auch etwas, was er dafür spricht, dass es ein, sagen wir mal, sehr begrenzter Anlass gewesen ist. Also am 15. Mai diese Zeitungsartikel, die da erschienen und dann war es am 21. Mai, dass unter Begleitung von Journalisten Charles Christian mit seiner Ehefrau Jane und dem Volkskundler Mike Covell, so der Name, tatsächlich auf eine Werwolfjagd gegangen ist. Auch das hat die Presse dann begleitet, da haben die auch Fotos gemacht, also die Seite werden wir euch verlinken, da könnt ihr euch dann die Herrschaften einmal anschauen. Da hat man auch schön dafür gesorgt, dass sie von unten angestrahlt werden, dass das Foto natürlich auch hübsch aussieht. Und interessanterweise danach ist aber der Old Stinker medial wieder komplett verschwunden. Also es ist jetzt nicht so, dass einmal im Jahr oder zu Halloween oder in den langen Winternächten oder zum Jahreswechsel oder wann auch immer oder immer, wenn der Vollmond wird, der jetzt erwähnt wird in der Presse, auch nicht in der lokalen Presse, sondern es hat diesen einen Peak gegeben. Und die haben da auch dann Tierspuren gefunden, aber wahrscheinlich waren das eher Hundespuren, die sie da gefunden haben. Sie waren an einem Friedhof, Alexa hat es gerade schon gesagt, war ja diese angebliche Sage, eben besagt, dass der Old Stinker gar nicht so dieser klassische Werwolf ist, Mensch, Werwolf und dann ins Grab. Ja und dann ist dieses Thema im Grunde genommen vorbei. Jetzt könnten wir sagen. Genau und das, wenn wir jetzt an dieser Stelle, ist eigentlich alles erzählt, also den Werwölfe gibt es nicht. Die Leute haben wahrscheinlich irgendwas gesehen, aber es war kein Werwolf, weil wir wissen, Werwölfe gibt es nicht. Da hat Brian Dunning eine ganze Geschichte zu, also mehrere Ideen zu gehabt. Es könnte groß wild gewesen sein, was man nachts gesehen hat, was springen kann, wo man dann überrascht ist, wie hoch die springen können, wenn sie denn wollen. Es können genauso gut große Hunde gewesen sein, die man gesehen haben könnte. Und wir wissen ja schon von den schwarzen Katzen, von den Black Cats, die man ja immer mal wieder irgendwo auch sieht, dass wir uns manchmal auch täuschen, was die Größe angeht, wenn man gerade in schlechter Beleuchtung Tiere sieht, sodass man vielleicht auch die Größe überschätzt hat. Was es aber interessanterweise nicht gewesen sein kann und das, wenn wir gleich nochmal aufrollen, ist, dass sie einen Wolf gesehen haben, die Menschen, weil das ist ein relativ interessanter Fakt, den ich nicht wusste vor der Sendung. Genau, also es gibt keine Werwölfe, es gibt auch keinen Old Stinker, der sich mit historischen schriftlichen Quellen bis ins 12. Jahrhundert belegen lässt oder erst recht danach auf irgendwelchen Stichen oder Flugblättern oder weiß der Geier was. Und wir hätten da eigentlich stoppen können, sind dann aber auf eine wahnsinnig spannende Betrachtungsweise dieses Themas gestoßen. Und haben einen Aufsatz gefunden, den wir euch auch als Quelle verlinken werden von einer Soziologin oder Sozialwissenschaftlerin, Geisteswissenschaftlerin namens Sam George, die sich mit dem Auftauchen des Hull-Werewolves beschäftigt hat und sich gar nicht so sehr die Fragen stellt, lässt er sich wirklich historisch belegen, was haben die Leute eigentlich gesehen? Sondern sie versucht zu interpretieren, was diese Geschichten und andere Geschichten und das sogenannte English Eerie, also das Unheimliche in England, über unser Verhältnis zur Landschaft aussagen. Und wenn man in diese Motive nochmal abtaucht und sich anschaut, warum wir solche Geschichten erzählen und warum die gerade in Großbritannien, gerade in England so eine spezielle Wirkung und Motivik haben, dann wird es richtig spannend und interessant. Denn was wir erfahren, wenn wir uns ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen und das ist etwas, was mich sehr sehr überrascht hat, ist die Tatsache, dass es in Großbritannien gar keine Wölfe mehr gibt. Das ist tatsächlich so, dass sehr sehr früh den Wölfen, weil sie Vieh gerissen haben, man ja ihn nachgesetzt hat in den alten Königreich Großbritannien, mein Gott, also unter den alten Königen. Und es gab dann zeitgleich natürlich auch diese Erzählungen von den Wehrwölfen, also von Menschen, die sich in Wehrwölfe verwandeln. Es gab Erzählungen von Magiern, die Wölfe unter ihre Kontrolle gebracht haben. Und eben auch, was Alexa schon sagte, ja, wenn wir nachher nochmal drauf eingehen, so ein bisschen eine Verschiebung von den Wehrwölfen als, ich sag mal, reale physische Wesen hin zu das, was in Großbritannien im Englischen als Begriff Spectre erwähnt wird. Und wir haben auch ein bisschen überlegt, wie kann man es sinnvoll übersetzen, sind dann auf den Begriff Schemen gekommen. Schemen, Phantom, also diese phantomen, geisterhaften Hunde. Genau. Und es gab halt unter den Königen dann in Großbritannien so bis zum 15. Jahrhundert hin tatsächlich Bonus, also Bonuszahlungen für Wolfsfälle oder Wolfsschädel. Und dass man sagen kann, dass in Großbritannien, in England bis zum 15. Jahrhundert die Wölfe schon ausgerottet waren. Und in Schottland war es dann so ab dem 17. Jahrhundert so weit, dass es gar keine indigenen Wölfe mehr gibt. Das heißt, wir haben hier einen Inselstaat, Inselstaat Ten muss man ja hier sagen, wo Wölfe überhaupt gar nicht mehr existieren. Und zwar seit Jahrhunderten nicht. Das ist erstmal eine große Besonderheit. Also vielleicht nochmal kurz zurück. Es gibt einen Ort, der sehr eng mit dieser flicksten Werewolf- und Old Stinker-Geschichte verbunden ist, nämlich Spittelhoe. Wo im 10. Jahrhundert und dafür nennt der Charles Christian, der darüber schreibt, tatsächlich auch Quellen im 10. Jahrhundert eben eine Art Unterkunft, so eine Art Gasthaus für Menschen zum Schutz vor Wölfen errichtet wird. Also der Reisende, der da irgendwie unterwegs ist in der Gegend, der nachts nicht weiter will, weil er Angst vor Wölfen hat und der dann dort unterkommen kann. Das ist also im 10. Jahrhundert. Aber dann, wie Alexander geschildert hat, gab es dann spätestens im 15. und 16. Jahrhundert eben keine Wölfe mehr. Weiter oben im Norden vielleicht noch so bis ins 18. Jahrhundert rein, sagt man. Aber wir haben in Yorkshire und da wird es dann wieder interessant, wohl eine Gegend, wo es noch relativ spät in dieser Zeit Wölfe gegeben hat. Also da, wo sie sozusagen zuletzt ausgerottet wurden, bewegen wir uns. Und normalerweise wird wohl von KulturwissenschaftlerInnen immer die These vertreten, dass das Verschwinden der Wölfe auch bedingt, dass der Wolf und auch der Werwolf aus den Volkserzählungen verschwindet. Dass der eben, wie Alexander geschildert hat, keine Rolle mehr spielt. Sam George allerdings sagt, ganz so einfach ist es dann eben nicht. Das ist die Soziologin. Also Soziologin, genau, die sich damit nochmal beschäftigt hat, die sagt eben, ich weiche von dieser allgemein anerkannten Theorie ein bisschen ab. Denn es gibt Erzählungen, die erstens nahelegen, dass die Wehrwolf-Sagen aus dem Festland Europa, also zum Beispiel auch aus den deutschen Territorien rübergewandert sind. Und man sich teilweise schon erzählt, wie durch Zauberei, und das ist ja bei den Wehrwolf-Sagen und bei den Wehrwolf-Prozessen auf der Fall, durch einen Gürtel, durch Zauberei, der Mensch sich in einen Wolf verwandelt. Es geht in diesen Geschichten sehr, sehr oft um Kannibalismus, weil diesen Wehrwölfen, die sich mithilfe von Zaubermitteln verwandelt haben, oft nachgesagt wird, dass sie eben Menschen oder Kinder entführen und diese dann fressen. Wenn wir zum Beispiel an Peter Stubbe denken, das ist so der berühmteste Wehrwolf-Prozess, den man nachzeichnen kann, da war das eben der Fall. Also diese Geschichten schwappen schon rüber und es entwickelt sich eine ganz eigene Erzähltradition in Großbritannien, in England, nämlich eben die der Phantomhunde, der schwarzen Hunde, die in verschiedenen Gestalten und unter verschiedenen Namen in den verschiedenen Gegenden von Großbritannien ihr Unwesen treiben. Also ganz kurz noch zum Wehrwolf von Bitburg, haben wir im Jahr anno 2013 schon eine Folge gemacht, Folge 113 von Oxilla, da könnt ihr gerne nochmal reinhören, ein ganz bekannter Wehrwolf-Prozess, der da stattgefunden hat. Also das war jetzt eine Empfehlung und genau wie Alexa es jetzt sagt, das ist jetzt sehr, 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 sehr spannend, die Tatsache, dass diese Verschiebung stattfindet. Wir haben jetzt plötzlich die schwarzen Hunde in Großbritannien, die schemenhaften Hunde, die geisterhaften Hunde und eine der bekanntesten Manifestationen finde ich davon und da wird das auch sofort eingängig. Was damit gemeint ist, ist natürlich der Hound of Baskerville, den man ja von Sherlock Holmes kennt und das ist ein sehr schönes prototypisches Bild für die Vielzahl von Sagen oder Erzählungen über gefährliche Hunde in ganz Großbritannien. Also du hast natürlich einmal den Hound of Baskerville, dessen Inspiration für Sir Arthur Conan Doyle eigentlich nur eine ganz kurze Geschichte gewesen ist, dass nämlich in diesen Mohren ein schwarzer Hund sein Unwesen treiben soll, der irgendwie in einem übernatürlichen Zusammenhang mit irgendeiner Familie, die dort an sich war, gestanden hat. So schildert er das ein bisschen lapidar, den hat man natürlich und woran ich auch übrigens denken musste, ist der Grimm in Harry Potter, der schwarze Hund, der natürlich auch teilweise sogar unter diesem Namen, The Grimm, sein Unwesen treibt in Großbritannien. Man hat aber noch viele, viele andere schwarze Hunde, die etwas Übernatürliches haben. Die meisten davon gehen, was die Eigenschaften betrifft, eher in Richtung Gespenst. Oft warnen sie vor Übel oder sie sind, wenn sie auftauchen, ein Zeichen dafür, dass etwas Schlimmes passiert. Und warnen dann sozusagen durch ihr Auftauchen die Menschen. Manchmal verhindern sie sogar, dass etwas Schlimmes passiert. Also es gibt eine Geschichte von Fischern, die rausfahren wollten und auf ihren Skipper gewartet haben und er kam und kam nicht. Und dann hat er erzählt, als er dann am nächsten Tag endlich auftaucht, nachdem die dann nicht ausgelaufen sind, dass er einen schwarzen Hund gesehen hat, der egal wohin er sich wenden wollte, immer den Weg versperrt hat. Und es kommt raus, dass es auch ganz gut war, dass sie nicht losgefahren sind, denn es hat einen Sturm gegeben und in dem werden sie dann unter Umständen untergegangen. Also auch das ist möglich. Und diese schwarzen Hunde, die mit den rotglühenden Augen irgendwo auftauchen, manchmal unsichtbar sind und mit Ketten rasseln, gehen auch zum Teil auf zwei Beinen. Also wir haben wirklich da eine Vermischung von Gespenstern und schemenhaften Phantomhunden, die nicht mehr so sehr in diese klassische Wehrwolfsecke gehen, sondern eben diese Verschiebung durchgemacht haben. Und sehr, sehr spannend, dass es dann wirklich lange Zeit nicht so viele Geschichten gibt und sowas dann aus heiterem Himmel auf einmal wieder in den Erzählungen und auch in den Medien auftaucht. Was ich hier ganz interessant finde, ist eben diesen Aufsatz Also Wölfe in der Volt, also die Volt, das ist der Ort, später Kapitalismus, das englische Unheimliche und der merkwürdige Fall von Old Stinker, dem Wehrwolf von Hull. Und interessant ist, dass in diesem Aufsatz von Sam George so hineinkommt, dass, bitte nicht falsch verstehen, das sind so Deutungen, die sie vornimmt, aber so eine Art schlechtes Gewissen in England darüber herrscht, dass man Wölfe ausgerottet hat. Und sehr interessant finde ich ihren Zusammenhang, den sie rausgesucht hat, weil sie natürlich sagt, immer in Zeiten von besonderen oder in besonderen Zeiten werden diese Geschichten auch wieder nach oben gespült. Und so im Jahr 2015, 2016 hat man darüber diskutiert in Großbritannien in der Öffentlichkeit relativ ausführlich, ob man Wölfe wieder ansiedeln soll in England. Das war ein großes Thema und man hat überlegt, ob es generell eben besser wäre, wieder auch Wölfe zu haben, so im Sinne des ökologischen Gleichgewichtes. Und genau in diese Zeit fällt dann die Sichtung von Old Stinker rein und da führt sie das so ein bisschen zusammen und sagt, naja, der Wolf war im Grunde genommen in der Psyche der Briten vorhanden. Und dann gibt es eben diese Situation, wo er auftaucht und was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist, dass wir hier aber eben nicht die schottischen Hochländer haben, sondern inzwischen ja Industrie, Hall inzwischen ja auch etwas herabgewirtschaftet, muss man ganz ehrlich sagen. Also nicht mehr der starke Industriestandort und die britische Rezession ist ja in den letzten Wochen des Jahres 2022, also September, Oktober mit Wechsel von Premierministern und so, das wird man ja alles in den Geschichtsbüchern auch nochmal finden. Also da ist ja gerade so einiges im Argen und plötzlich ist es eben nicht mehr die nebelgeschwängerten Moore, in denen man das sieht, sondern Industrieruinen, Abwasserkanäle. Also die Schattenseite der Industriegesellschaft, die plötzlich Tür und Tor öffnet für solche gruseligen Gestalten und das ist sehr, sehr interessant und vielleicht erleben wir ja sogar ein bisschen, Alexa, wir haben im Vorfeld, da sind wir darüber gesprochen, so eine Verschiebung der Motivik vielleicht, oder? Also wäre das so weit gefasst. Nee, also es ist im Prinzip genau das, die Landschaft, die diesen Geschichten Raum bietet, die verändert sich eben und das, was eben früher sich im Wald als Angstraum abgespielt hat, wir haben ja auch mal eine Folge über den Wald gemacht und die Geschichten, die man sich erzählt, das findet jetzt eben in einer eigentlich von Menschen geprägten Landschaft statt. Und der Wehrwolf, der da umgeht, verbirgt sich eben nicht mehr hinter Bäumen oder in irgendwelchen Höhlen, sondern in alten, leerstehenden Lagerräumen oder alten, leeren Fabriken. Das ist sicherlich die eine Sache, auf der anderen Seite ist es natürlich auch spannend, dass man mit dem Balmston Drain, da wo der Wehrwolf ja auftreten soll, auch so einen Abwasserkanal hat eigentlich. Also das ist so ein Abfluss eines Flusses, den man mal irgendwann angelegt hat, so einen Kanal und der soll ziemlich verseucht sein, also ziemlich verschmutzt sein und per se schon mal stinken. Und insofern ist es natürlich super spannend, fast schon lustig, dass man sich da ausgerechnet dann vom Old Stinker erzählt. Wobei man ganz klar sagen muss, dass diese Old Stinker Geschichte eindeutig auf Charles Christian zurückzuführen ist. Also der hat dem Journalisten am Telefon gesagt, als dieser meinte, oh, haben sie schon gehört, da erzählen sich Leute, sie hätten einen Wehrwolf gesehen. Hat gesagt, ach, das könnte ja eben der Old Stinker sein, von dem ich mal als Kind gehört habe. Und damit war dann eben die Überschrift geboren und das Viech hatte einen Namen, aber es ist wie gesagt spannend, dass das genau in dieser Gegend auftritt. Und was Sam George in diesem Aufsatz eben noch beschreibt und da nimmt sie sich nochmal dieses Begriffs, the English Eerie an, dass es sich da um eine Landschaft handelt, die so ein bisschen off ist. Also so ein Schlagschräg, also sie ist eigentlich von Menschen bevölkert und irgendwie verändert worden, ist aber menschenleer in dem Augenblick eben, wo diese Geschichten erzählt werden. Und wir haben ja in der Folge über die Backrooms, über Orte gesprochen, die eigentlich normalerweise total belebt sind, die aber unheimlich werden, wenn auf einmal keine Menschen mehr da sind. Also leerstehende Bürogebäude oder Bürogebäude nach Dienstschluss oder eine Schule, in der nachts eben keine Schülerinnen und Schüler mehr sind oder ähnliches. Das sind die Orte und das sind die Stunden, in denen wir eben Angst haben vor dem Unheimlichen, das in unseren Alltag einbricht. Und das ist nochmal eine ganz interessante Betrachtungsweise und das, was du vorhin erwähnt hast, eben dieses Motiv, dass in diesen Geschichten einmal unsere Angst vor dem auftaucht, was wir eigentlich aus der Welt machen. Also wie wir mit der Welt umgehen und unser schlechtes Gewissen gegenüber den Tieren, die wir ausgerottet haben durch unser Verhalten und durch die Art, wie wir die Welt verändert haben. Das, finde ich, ist ein sehr, sehr faszinierender Ansatz, denn wir haben ja schon öfter festgestellt, dass in so sagenhaften Erzählungen, dass in Urban Legends unsere Ängste eine Rolle spielen und eben in diesem Fall sowas wie ein kollektives schlechtes Gewissen gibt. Und natürlich könnten wir jetzt noch einen längeren Exkurs machen in die Psychologie von Dingen, die man sieht, nachts im Dunkeln, Auseinandersetzung mit der Natur, wenn man da vielleicht nicht so häufig unterwegs ist. Das machen wir heute mal nicht, weil das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen, aber auch das ist natürlich nochmal der Hinweis, dass die elf Augenzeugen, die es insgesamt gegeben haben soll, je nach Quelle, wir werden auch eine ganze Reihe von Quellen verlinken, kann man das dann nachlesen. Das ist also insgesamt, wo elf Menschen gegeben haben soll, die den Old Stinker angeblich gesehen haben. Und man muss halt sagen, ja, man kann schon auch Dinge sehen oder Dinge ungewöhnlich finden. Und jetzt gerade, wo wir hier auch in der Nähe eines Waldgebietes wohnen, wenn man das dann nicht gewöhnt ist, so als Großstädter oder lange Zeit nicht gewöhnt war, da klingt es mal komisch, da sieht man was komisch aus. Und gerade natürlich im Dämmerlicht oder sogar in der Nacht funktioniert unser Apparat, der an Straßenlaternen und andere Dinge gewöhnt, ist nicht so gut. Und jetzt kann ich mir auch gut vorstellen, dass so ein Drain auch jetzt nicht so perfekt beleuchtet ist, wie andere Teile von Hall. Also insofern soll das nur heißen, dass diese elf Menschen jetzt nicht unbedingt sich ins Rampenlicht stellen und Geschichten erfinden, sondern vielleicht haben sie irgendwas Ungewöhnliches gesehen, was man aber sicherlich, wenn man vorbei gewesen wäre oder es weiter verfolgt hätte, wahrscheinlich mit etwas Besserem als einem Werwolf erklären könnte. Aber ich finde die Vorstellung nach wie vor toll, dass es in England schemenhafte Geisterhunde gibt. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich mal so einem begegnen möchte. Ja, vielleicht können wir ja im nächsten Jahr zu Halloween nochmal eine Folge über diese ganzen Spectrum-Hunde in Großbritannien nochmal machen. Mal schauen, ob das nochmal eine ganze Folge hergibt. Weil da gibt es eine ganze Reihe. Also man könnte fast sagen, kein Ort in Großbritannien, der was auf sich hält, hat nicht einen schwarzen, gruseligen Hund zur Verfügung, über den er berichten kann. Vielleicht schauen wir da nochmal rein. Damit sind wir am Ende und haben, glaube ich, die Geschichte von Old Stinker ausführlich beschrieben. Wir sind mal gespannt, ob er nochmal auftaucht. Vielleicht gibt es ja doch nochmal irgendwann eine Quelle, dass er vielleicht doch schon im 12. Jahrhundert dann doch erwähnt worden ist. Bisschen zweifelhaft ist es ja, aber vielleicht ist das so, dann würden wir das hier nochmal aktualisieren. Und jetzt würde mich natürlich schon auch interessieren, ob es diesen merkwürdigen Hund mit den gelben Streifen im Fell tatsächlich gegeben hat. Die Auflösung Die Geschichte von dem merkwürdigen schwarzen Hund mit den gelben Fellzeichnungsstreifen ist ein Werk der Fiction, eine ausgedachte Geschichte, die unterhalten soll. Und so findet man sie dann auch im Netz, wenn man sich da mal durchwühlt. Diese Überschrift, dass eine Familie dachte, sie hätte einen Hund aus dem Tierheim zu sich genommen und dann einem Tierarzt vorstellt und der dann die Polizei ruft. Das erinnert so ein ganz bisschen an die moderne Sage vom Rattenhund, wo eine Familie in einem Land, zum Beispiel in Spanien, einen Straßenhund aufnimmt und dann zu Hause feststellt, dass es eben kein Hund ist, sondern eine riesengroße Ratte. Also das erinnert ein bisschen eben an diese Urban Legend. In dem Fall scheint es aber einfach eine Geschichte zu sein, mit der man so ein bisschen Clickbait erzeugen wollte. Also das ist so eine Bildergeschichte, die dann dahinter steckt, mit wahnsinnig vielen Seiten. Und ich frage mich, wie viele Leute eben alle Bilder sich bis zu Ende durchgucken und dann eben ganz am Ende feststellen, dass da steht, dass das Ganze nur ausgedacht ist und einfach unterhalten soll. Denn zwischendurch wird noch sehr ausführlich beschrieben, wie die Familie eben diesen Hund zu sich nimmt. Und wie der dann abends, also eigentlich als Familienhund ganz okay ist, aber dann abends auf einmal sich merkwürdig verhält und vor einem PC sitzt und dann sich auch nur beruhigen lässt, als dann irgendwie er da am PC sein kann. Dann zum Tierarzt, das wird dann ewig lange platt gewalzt, was da beim Tierarzt passiert. Und dann letzten Endes sind sie im Sprechzimmer und der Tierarzt ruft tatsächlich die Polizei. Aber warum macht er das? Weil es einen Besitzer gibt, der genau diesen Hund vermisst. Also nichts anderes. Es ist dann so ein CEO von einer Firma und das soll dann auch erklären, warum der Hund so auf PCs steht. Und letzten Endes geht es einfach nur darum, dass die Familie zwar diesen Hund aus dem Tierheim geholt hat, er aber ihnen eigentlich nicht gehören kann, denn er hat schon einen Besitzer. Und dem muss er natürlich auch zurückgegeben werden. Aber die Familie kriegt dann zumindest eine Belohnung und adoptiert dann irgendwie einen anderen Pitbull. Ja, also das dann die Geschichte. Aber das ist so ein klassischer Fall von, man muss sich durch einen ewig langen Wust von mehr oder weniger relevanten Informationen durchwühlen, um dann am Ende festzustellen, ob das Ganze stimmt oder nicht. Und dann sieht man eben, dass das Ganze ausgedacht ist. Tja, schade. Achso, genau. Und ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass das Bild, was dazu gehört, gephotoshoppt ist und dass der Körper von einem Panther ist tatsächlich, auf den dann irgendwie ein Hundekopf gephotoshoppt wurde und dann hat er noch diese Streifen bekommen. Also es sieht wirklich ein bisschen urig aus. Genau. Spannend. Also wir lernen, dass der Hund nicht existent ist, wäre aber auch zu schön gewesen. Aber naja. Ja, wenn es wenigstens wie ein Geisterhund gewesen wäre. Noch nicht mal das. Aber noch nicht mal das. Und ob er Mundgeruch hat, ist auch klar. Ja, damit sind wir am Ende der Halloween-Folge. Wie gesagt, der November wird dann drei Folgen beinhalten, damit wir ja unserer Zusage, dass zwei Folgen im Monat erscheinen, auch wir treu bleiben. Wir merken gerade beide hier bei der Aufnahme, dass die Stimmen ein bisschen nachlassen und auch die Konzentration nachlässt. Also so richtig 100% fit sind wir noch nicht. Aber wenn ich auch noch nicht so ganz genaue Zahlen jetzt liefern kann, weil ich natürlich noch mal die Auswertung machen muss vom Monat Oktober und da läuft ja noch ein ganz kleines bisschen der Oktober, dann können wir schon sagen, dass die Tendenz seit dem 1.8., seitdem wir im Grunde genommen aufgerufen haben, ob ihr gemeinsam mit uns Richtung Selbstständigkeit gehen wollt. Und damit ist natürlich gemeint, dass ihr uns ein Stück weit bei unserer Arbeit unterstützt, sodass wir uns da eventuell mehr darauf konzentrieren können. Sagen wir es mal so, die Zeichen stehen sehr, sehr gut. Wir sind tatsächlich, ohne in die Details gehen zu wollen, in dem Fall wirklich überrascht und wirklich... Unendlich dankbar sind wir. Dankbar und auch demütig, wie viele von euch sich zu einem Dauerauftrag durchgerungen haben. Es sind wirklich so viele Daueraufträge, dass wir wahrscheinlich erst, wenn wir uns wirklich selbstständig gemacht haben, mal die Gelegenheit haben, auch die ganzen netten, lustigen, lieben Kommentare, die ihr da zum Teil reinschreibt, in diese Daueraufträge und Überweisungen, völlig irre, bis hin zu Liedtexten von Bands, wo man dann googeln muss, welche Band es denn dann gewesen ist. Im Moment rauscht das alles so ein bisschen, weil auch in den letzten Wochen gerade bei mir nochmal der Job relativ anstrengend war. Aber das ist so, ich habe halt nochmal einen Job und kann mich leider noch nicht um Huxilla so kümmern, wie wir das möchten. Aber die Zeichen stehen gut. Vor allen Dingen, was wir sehr, sehr beachtlich finden, ist, dass es in einer Zeit, in der wir ja nicht losgelöst im eigenen Kosmos leben, sondern auch bei uns wird die Margarine teurer. Und wir sehen ja, wie die Lebenshaltungskosten sich gerade im ausgehenden Jahr 2022 gerade verändern. Alles wird drastisch teurer. Das betrifft natürlich auch uns. Und dass wir hier sozusagen trotzdem bei euch von Monat zu Monat Richtung Januar hin mitbekommen, dass ihr sagt, nee, das ist es uns wert. Wir würden gerne Huxilla weiterhaben. Gerne zwei Folgen im Monat mit allen anderen Projekten, die da dran sind. Das freut uns. Und wie gesagt, so in der nächsten Folge mache ich mal wieder ein bisschen Zahlenwerk am Ende. Aber es sieht ganz gut aus, dass die Firma Huxilla ab Januar der Arbeitgeber von Alexa und mir ist. Und damit verbunden dann natürlich all diese hässlichen Dinge, um die ich mich gerade auch noch kümmern darf. Alexa hat das schon hinter sich. Was ist eigentlich mit einer Rentenversicherung? Was ist mit Krankenversicherung? Wie ist das alles geregelt? Wir haben zum Glück seit einigen Jahren eine exzellente Steuerberaterin, ohne die wir, wahrscheinlich wie der Starkoch, wie heißt der Schubeck, wahrscheinlich auch schon längst im Knast werden, weil wir einfach gar keine Ahnung davon haben, weil das wirklich sehr, sehr schwierig ist, ein Geschäftskonto zu haben, auf dem Geld eingeht, Paypal zu haben, dann kommt Patreon. All das muss ja alles vernünftig angegeben werden. Das machen wir auch natürlich. Da ist nichts schwarz bei dem, was wir machen. Und das alles aber gerade ist gut. Und wir sind sehr, sehr begeistert. Und sollte das klappen, dann wird das, glaube ich, ein sehr lauter Knall am 31.12. Und wie gesagt, wir halten euch da auf den Laufen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Tut uns leid, dass wir jetzt in diesem Monat ein bisschen gestrauchelt sind, aber das war wirklich gesundheitsbedingt. Ja, wir sind gestrauchelt, auch mit den Black Sweet Stories, die weitergehen sollen. Aber das ist alles nur ein bisschen aufgeschoben, nicht aufgehoben. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier im Hoxilla-Podcast schon einmal so explizit angekündigt haben. Also für alle die neu hinzugekommenen, die Älteren werden sich erinnern, Alexa hatte ja mal einen Vorlesepodcast, die Black Sweet Stories. Und da soll es jetzt wieder weitergehen. Wir haben unter den Jahren in der Vergangenheit einen Serverwechsel vorgenommen und nehmen müssen. Wir mussten sehr, sehr viel an der Infrastruktur verändern. Davon waren dann auch die Black Sweet Stories betroffen, die im Moment im Grunde genommen vom Netz genommen sind. Da ist so ein leeres WordPress im Moment am Laufen, aber im Hintergrund wird gearbeitet, damit die Seite wieder an den Start geht. Genau, und dann sind nämlich auch die 60 noch was alten Folgen wieder verfügbar. Es haben ein paar Menschen danach gefragt, die gerne die alten Folgen nachhören möchten. Und das sollte dann bald in absehbarer Zeit wieder möglich sein. Und es soll auch eben neue Folgen geben. Wenn es soweit ist, dann gucken wir mal, dass wir das in unseren Social-Media-Channels ankündigen, dass ihr dann sofort Bescheid wisst. Dann könnt ihr euch erst mal durchs Backend durchhören und dann gibt es bald was Neues. Genau, klassischer Vorlesepodcast, teilweise sogar mit ... Ein bisschen gruselig. Genau, so alles, was so Common License-Grusel ist. Also Edgar Allen Poe und ähnliche Dinge. Lovecraft war ein bisschen dabei. Genau, und die Sachen, die zum Teil sogar abgeschlossen waren, konnte man ursprünglich mal auf der alten Seite dann sozusagen als Hörbuch sich auch runterladen. Da gucken wir mal. Da müssen wir auch im Hintergrund ein bisschen arbeiten, dass das vielleicht ein bisschen schicker gelingt. Aber das kommt wieder ein klassischer Vorlesepodcast. Da gibt es auch gar nicht so viele Schöne davon. Und ich habe das immer sehr genossen, wenn Alexa mir dann auch quasi virtuell Geschichten vorgelesen hat. Auch daran arbeiten wir mit, dass auch das dann wiederkommt. Und Richtung Dezember gibt es dann sowieso noch mal was Neues von dir zu berichten, Alexa. Genau, ja, das ist noch mal was ganz anderes. Neues Projekt, was da stehen wird. Da kann ich noch gar nicht so viel verraten, aber da liegt eine Produktion in den letzten Zügen gerade. Ja, und wir auch. Ich glaube, wir machen für heute mal Schluss. Stimmt, Tee, Bett, Fieberthermometer. Das ist eine gute Idee. Den Tee werde ich mir jetzt auch gleich gönnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Dabei-Sein. Vielen, 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 vielen Dank fürs Unterstützen. Es macht uns nach wie vor eine große Freude. Und die Idee, dass wir jetzt in nicht ganz zwei Monaten demnächst hier nicht nur nebenbei in unseren Studios Aufnahmen machen können, sondern vielleicht sogar Vollzeit. Das ist, da müssen wir uns dann im Januar dran gewöhnen. Insofern, wir hören uns und euch ganz bald wieder. Wir hoffen, dass euch diese Halloween-Folge gefallen hat. Und ich glaube, jetzt muss ich meine Stimme ein bisschen schonen. Macht's gut und natürlich immer schön skippisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla-Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig. Und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Huxilla-Unterstützen geht dabei ganz einfach. Zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf Huxilla.com unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info-at-hoxilla.de und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.